Ja, jetzt sind ein nice und doofo an die Stadt. Machen wir schon. Für einen Chris. Für einen... Drei Kevins. Das kann nicht sein. Ja, ja. Ja. Sind die interessiert keinen? Ja, ihr hattest ja nie gemacht, hey. Ach so, gut. Nein, jedenfalls redet er irgendwas über seinen Jason, über den Jason, dass irgendwas wie den Jason ist oder sowas, komisch ist. Nein, wie ich. Und jetzt müssen wir ein Schädel füllen. Oh, frischer Würstel, du Hund. Und das siehst du eh gleich. Und das oberen Schädel ist ein hellblauer Strahl. Und wenn der dunkelblau ist, nachher bist du fertig. Dann kannst du uns sagen, dass du fertig bist. Und halt, es kommt ab und zu, kommt nachher der Fette. Und von dem, der darf du halt nicht draufhüpfen, dann bist du sofort kaputt. Der Fette kommt. Der Fette kommt. Der Fette. Boom, wo kaputt ist immer. Haben wir schon verkackt. Machst du da dann? Schau, grüß, hinter dir. Hinter dir. Schau, nimmst du gleich die Schädeln da hinten. Also den da. Ja, genau, ja. Brauchst nur in der Nähe Kills machen. Und dann siehst du eh, wie es sich füllt. Und ich geh gleich zu dem da. Das sind nicht gleich vier Schädeln, glaube ich, oder? Dofu. Ja. Ein Schädel mehr als ich spiele. Genau, ja. Kannst du auch bei dem bleiben. Da, dann ist der Schädel. Der ist jetzt weg. Der ist oben in der Luft. Ja, der ist am gleichen Spot, nur. Du musst halt nur mit deinem Bogen aufpassen, weil du die Zombies ein bisschen wegkickst. Du musst aber auch schon in der Nähe drüben von dir töten, gell? Ja. Ich glaube, dass er schon schauen, dass er nicht stirbt, glaube ich. Ja, ich sag, dass es nicht mehr oder nicht mehr. Wir tun uns zu leicht was, denn wir waren da schon hundertmal. Nein, 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 komm zu dir rauf. Da rein, den Kopf rauf. Immer bei deinem Kopf bleiben einfach. Und immer wieder Seelen füllen. Bis du das siehst noch. Und bei ihm ist er schon fertig beim Tofu. Ich gehe nur ab und zu wieder reinfüllen. Da, also. Ja, aber meine ist fertig. Und da ist noch einer. Genau da, dann schau. Nein, du fühlst es nicht. Nein, 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 du musst da weiter herkommen. Sonst fühlst du es nicht. Du musst nämlich aufsaugen. Ja, genau. Ja, da, wo jetzt der Fette steckt. Aber den kann ich auch fertig machen. Den kann ich fertig machen. Und dann machen wir da. Da ist der Schild. Da siehst du den hellblauen Strahl. Siehst du da nicht auf, wie ich jetzt stehe. Weg, 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 weg! Und genau da oben dabei ist dein Schädel! Ich bin wieder da dann! Ich bin fertig! Ah, ist fertig! Jawohl! Und jetzt müssen wir alle da rum! Kommst du da rum, Chris? Hier, da zu uns! Zu den Cabins! Weg zum... Nein! Lass die Munition, Chris! Wir nehmen dann die Munition! Geh weg, geh weg, geh weg von ihm! Wir müssen den nachschießen! Jetzt haben wir noch einmal angeschossen! Auf gar nichts! Jetzt kommen... Jetzt kommen Zeichen! Siehst du das? Erster ist weg! Jetzt kannst du eigentlich wieder... Dein Train-Rena! Überleben spülen! Ja! Egal! Ja, nehmen wir ihn an! Hast du einen Doofus? Ja, ja, sicher! Jetzt sind... Chris, kannst du schon überleben dabei! Kannst du wieder Überleben spülen? Ja! Lauf du auf den Kreis und überleben! Jetzt hat er kein Jagannacht, gar nichts mehr! Ja, ja! Einfach nur noch dumm reden! Ja, du! Ja, du! Für dich ist... Du rennst einfach nur herum und... Ja! Schauen Sie, dass du nicht stirbst! Munition sparen und fertig! Ja, oder so! Ja, oder so! So da! Ja, wo ich das erste Mal fertig soll! Jetzt bleib stehen, komm her da jetzt einmal! Ja! Zurück, zurück! Jetzt zu uns wieder kommen, schnell! Steht einer da! Genau bei uns stehen! Nein, passt schon! Das siehst du gleich! Jetzt kommt ein grüner Bereich nämlich! Und da darfst du nicht rausgehen! Da, da! Das passt schon! Mit dem Boden ein bisschen! Aber du, Munition ist egal! Und das, was wir jetzt gemacht haben, das müssen wir jetzt noch... noch zwei Mal hintereinander machen! Dann haben wir es! Aber nur halt aus dem grünen Kreis nicht rausgehen jetzt! Ja! Ja! Da, da! Ja, nur in grünen jetzt! Bis der Rave-Modus wieder geht! Wir müssen noch nicht... Achso! Die hast ich noch erklärt! Ich kippe noch noch einmal füllen! Ja genau! Noch zweimal! So! Und jetzt gehst du wieder zu deinem Kopf! Achso! Jetzt eine Barriere noch! Jetzt eine Barriere noch! Jetzt musst du aufpassen! Jetzt ist die Map ein bisschen unterteilt! Aber... Passt! Dann kannst du zu den... Ja! Ich komm schon! Ich komm schon! Ich fülle noch den Kopf noch! Ich fülle noch einen! Ich fülle noch! Ich fülle noch einen! Ich fülle noch mal an! Ich fülle noch einen! Da ist der Kopf eigentlich, weil der schwebt nachher in die Höhe, deswegen siehst du ihn nachher nicht mehr. Ja, genau schon. Nein, nein, der muss dunkelblau leuchten. Jetzt ist der hellblau, der Strahl rauf zum Kopf. Geht schon. Der Fette ist eh bei mir. Das heißt Nukula. Nukulo. Geht dann simpsis, glaube ich. Na, bin ich jetzt fertig? Na, ich bin schon unterwegs, passt schon, passt schon. Der ist gerade zu dir umgekriegt. Passt. Ah, meine sind fertig. Der in der Mitte fällt noch. Der ist auch fertig. Tofu sein, der fällt noch. Passt schon. Ohne Jager ist da viel schwer. Ohne Jager ist da richtig. Ja, klar. Da können wir alle schon. Müssen da drüben noch Kills machen. Das gibt es ja nicht. Dofu, ich gehe wieder zu meiner Nummer. Ja. Es wäre geil, wenn du eine komplette Runde laufen würdest und killen würdest. Das heißt, uns immer ein bisschen auffüllen. Ja, passt, ich renne um. Ich renne die Runde. Zu deiner rechten Nummer. Der ist sicher noch. Uh, der geht schon wieder runter, ja. Einfach nur immer wieder ein paar Kills unter deinen Schädel machen. Wo ist denn du, Tofu? Du bist näher. Ja, weil es die Perks, ja. Der ist voll. Dofu, bist du unterwegs? Ja, natürlich. Der wird und wird nicht fertig. Meine ist fertig. Ja, wo gehst du zu meiner rechten um mich? Schau, schau. Er ist ganz fertig. So, jetzt müssen wir wieder zu dem blauen Kreis alle. Mitte, 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 Mitte. Uh, falsche Richtung. Jetzt wird alles sich angesperrt. No Problem. Easy going. Easy going. Im Sprung holen wir die. Im Sprung holen wir die. Im Sprung holen wir die. So, jetzt gibt es noch mehr Symbole. Das sind Skills nennt man sowas. Skills? Umheros. Das erste ist schon weg. Die Zeit erfolgt zugleich. Das wird reist. 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 Wir spawnen immer so... Überlebt. Im grünen Kreis. Ist weg. Ich schau da gar nicht. Die Schie sind einfach drauf mit der Dings. Nein, das haben wir noch ein klein. Jetzt hat er noch ein Schutzschild. Jetzt hat er keinen... Jetzt nimmt er noch keinen Schaden. Jetzt nimmt er noch keinen Schaden. So, dann jetzt wieder zu unserem Stein. Gehen wir wieder da zurück. Einmal volle Munition für uns. Und wieder zu unserem Stein. So, dann jetzt das ganze Debakel noch einmal. Und dann sind wir fertig. Okay. Ja, ja, nein. Ja, ja. Challenge gemacht mit No Perks und No Perke Punch-Waffen. Das ist so zart. Wir sind da wirklich so viel rumgerannt. Ja, genau. Jetzt nur da herrinnen. Wenn du uns rausgehst, stirbst. Aber alles easy. Easy go in. Ist der Fuchs krank oder was? Jetzt guck ich den Anöffnungswohnen. Ja. Auch schon lange weg. So, dann und jetzt wieder zu unserer Necke. Genau, ja. Jetzt das ganze Debakel noch einmal. Jetzt kommt der Fette. Ja, ich komme schon. Ja, da ist eine Wand wieder. Da ist die Map wieder gesperrt. Bis wir wieder fertig sind mit dem Seelenfüllen. Ich habe die enemies auf dem Seelenfüllen. Jetzt, wenn du hier rausgehst, ist kurz zu mir. Ich bin der Spur zu dir. Wie wird der Pigelekopo drin? Vielen Dank. Das ist die irgendwelche Spur zu mir. Von mir kommt er gar nicht mehr, von mir hat er schon Angst. Nein, nein, ist herzlich. Der ist jetzt einmal fertig, weil damals noch mehr Kanaten herrschmessen, dass ich nur noch viel in den anderen, wo du zuerst warst, oder? Ja. Mach ich schon, mach ich schon, mach ich schon. Hm? Ich fülle ihn auch noch. Ich fülle ihn noch mal her. Der vier ist jetzt fertig schon. Und wir haben es geschafft, bald. Sind alle da oben, da zu mir? Ja, ich würde gerne. Im Sprung hol ich den mit dabei. Schau, jetzt gehen wir im Rauch. Im Sprung. Wieder einmal. So, dann noch einmal sechsmal die Symbole und nachher nehmen wir Schaden. Das Zeichen sieht man gar nicht, dass ich Löwen sehe. Ja. So, jetzt nimmt er gar nicht mehr Schaden. Ja, nein, 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 jetzt. Ob, jetzt nicht mehr. Jetzt nimmt er Schaden, jetzt können wir ihn aufhetzen. Und ... bam, 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 bam. Ich hole den noch mal, für den Endkampf. Dass du dabei bist, dass du da. Wir sind die ganze Zeit in die Popo. Du merkst schon, geht 3 Spieler. Jetzt, und der ist weg. Genau, hinter mir nämlich, verstehst du? So dann. Das war's, wüfte Easter Egg. Schau, da kannst du den Schlüssel aufnehmen. Das war ziemlich langweilig. Der ist bei mir hier rüben. Da wo er gestorben ist, da spawne ich gleich. Da im Rauch, schau. Da, gerne. Jetzt machen wir noch den nächsten Trophäe mit dem Slasher, oder machen wir das mit dem Kuka noch? Schnell. Ja, weil wir schon dabei sind, jetzt haben wir alle Sticker. Die, die... Du kannst jetzt mit Musik ins Eck machen, aber schauen wir, wo sie den Kuka machen, oder? Ja, schnell für ein paar Trophäen. Da komm ich wieder einmal mit mir. Jetzt gehen wir ganz kurz... Ja, das dauert einen vielen Stand. 15 Minuten. Weil du jetzt am Schluss bist schon. Einmal Seilrutschen. Und jetzt gehen wir ins Bahnhaus, da zum Strom runter. Und dann suchst du gleich irgendeine Waffe aus, außer im Bogen. Meine Empfehlung halt... Äh... Dass du die Slasher Gun aufnehmen kannst. Jetzt können wir uns die Slasher Gun holen. So, einmal auf ins Bahnhaus. Das wird für ihn gerade so verwirrend sein, wenn der 2 so so Kevin ist umlaufen. Ja, ja... Ja, ja. Danach kann ich das nur noch aufnehmen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das ist voll geschissen, oder? Wegen den Dings... Wegen dem Kevin, das siehst du nicht. Ja, ja. Und dann kannst du nachher das Miley aufnehmen. Nehmen die Stromautomaten. Ach so. Rundter ja. Und da kannst du das doch noch Recimer aufnehmen. Und dann kannst du die Smiley aufnehmen. Wir haben keine Zeit auf der Bühne, auf die Bühne zu schießen, sondern auf die Bühne zu schießen. Hast du einen Schnaufe geschlappt? Ah, nein, der ist unten im Spawnhaus. Ah, im Wrave. Ah, das habe ich noch. Für die Trophäe, die machen wir jetzt eben im Wrave. Gehst du mit den Slasher killen? Ja. Er braucht noch einen Juggernaut, da lassen wir einen rüber und nachher machen wir das. Sonst schaffen wir es nicht. Er braucht Juggernaut und Sluffy Tuffy. Das zeige ich dir nachher. Ja, schon, sonst wenn der Boss auf dich schießt nachher bis zu Furt hin. Dann krieg ich gerne die Trophäe nicht, weil ich hinmache. So mit dem Ding. Das tue ich eher mit dem Bogenschießen. Eher mit dem Bogenschießen jetzt. So, dann gehen wir da zum Rayformer. Na, jetzt haben wir ein bisschen einen Umweg. Hast du schon eine Trophäe gekriegt? Ja, dafür siehst du ja, ich schaffte jeden Schlüssel. Ja, ich meine, sind das andere für die... Nein, das hat er sicher noch nicht gekriegt, weil die Pfeilspitze noch nicht fertig ist. Und die Schuhe sind... Ja, müssen wir das fertig machen auch? Ja, fertig machen wir so's fix. Warte mal, schau, hinterher sind die letzten. Machst du den noch? Ich kann noch ein bisschen rauskruzieren. So, grüß, kommst du her, holst du da mal Slashitesche? Slash... Na, wie heißt's? Slappiteffi. Slappiteffi, ja. Nein, nein, nein. Nein! Den da, den da. Nein, ich bin ein Trophä. Ich bin ein Trophä. Schuhe hal Só, ja, das ist voll zuzer. Ja, da, da ist das Slashiteffi da. Oben auf der Veranda. Ja, da. Hol dir mal den Perk. Ja, genau. Und dann gehen wir auf... und holen wir uns Juggernaut nochmal. Ach, hast du schon? Okay, dann tu von ihm einmal den letzten Zombie her. Habe ich dabei. Was? Ich habe einen Zombie mit. Passt. Dann kommst du einmal zur Flamme her. Uh, neue Flamme. Und jetzt kommt noch ein der Slasher. Warte mal, warte mal. Jetzt kommt noch der Slasher und der Slasher macht das einen Angriff. Den weichen wir aus und dann schneiden wir ihn mit Zielen in den Rücken rein. Okay. Passt so. Schauen wir einmal wo der Slasher ist. Müssen wir jetzt warten. Zombies kommen nicht. Ich sehe nur der Slasher da. So, da oben ist er. Warte, lassen wir ihn runterkommen. Und er geht eh auf mich. Nein, er geht auf mich. Und jetzt von hinten einfach schau, er geht auf mich. Jetzt von hinten einfach hingehen und ihn niederschlitzen. Einfach nicht aufhören. Hinschlitzen, hinschlitzen. So, da. Nächste Trophäe. Oder? Jawohl. Und druck einmal Touchpad. Und da ist so eine Leiste, die so schräg rauf geht über den Bildschirm. Wie viel? Nein, nein, da ist irgendeine Figur. Also, ich sage es von oben ab. Das erste, zweite, dritte, vierte und fünfte. Weil da ist ein Bär, da ist ein Oele, da ist ein Hirsch, ein Adler und ein Wolf. Der Wolf. Also, hast du erst eins gemacht? Achso, ja, dann kannst du das bei einer anderen Runde auch machen, oder du machst das jetzt noch gleich schnell durch. Ja, ist eigentlich nicht notwendig mit dem Easter Egg, muss ich sagen. Also, da brauchst du das Easter Egg nicht haben. Du musst das nur einmal alle machen. Das sind jetzt 25 Kills mit Distanz, dann 45 Bretter zu machen, 10... Genau, ja, die Herausforderungen. Den musst du halt irgendwann einmal fünf, gleich alle fünf auf einmal machen. Au! Du musst das einmal fertig hast, nachher du hast das. Nein, nein, da bleib nicht gesperrt, du musst das erst mal machen. Nicht nur mal machen. Alles sind euch machen, ja. Ja, sicher. Ich denke, wenn du die Kändel hast, dann ist das nicht echt viel, ziemlich viel. Ja, die... Ja, jetzt brauchst du nur auswählen. In der Lobby, in der Spiellobby, wenn du den auswählst, nachher kannst du... Du musst... Steuerkreuz rechts, links links, runter runter und rechts. Aber das kann ich dir nachher zeigen, dass du das... Aufschreiben kannst. Oder du schaust das Ding, ich habe es sogar einmal erklärt. Ich weiß gar nicht, ob ich es in der Beschreibung reingeschrieben habe. Oder brauchst du den auf YouTube. Nein. Für die... Für die... Für die... Ich weiß gar nicht, ob du die Schuhe hier kannst. Hast du jetzt den Guckert fertig gemacht? Nein, ich habe gar nicht erhoben. Ah so. Und da ungefähr spielst du ja noch. Wie wenn die Kommune mehr kommt, für die Departee. Nein. Jetzt bist du eigentlich fertig. Wir machen nur mehr die zwei Dings für die, wo uns es hier ausgeht. genau das was der doktor verordnet wenn man sich bei akkord hinausgezogen die genügend die GmbH wir machen die beste der Fuchs ist gut jetzt ja schon mit zwei Arme gepunschte der Fuchs ich kenne es nur noch aus mit Schwerdacht ähhhmhmhmhmhm so... ich brauch jetzt noch einmal... hörst du mir die Zombies weg da? schießt die Schieße die scheiß Ziele da bist du jetzt nicht mit der Seilrutsche gleichgerutscht? wenn man jetzt rief ich auch in diehe oder? ja ein paar Sachen noch für ein Trophäe für die Christi-Kalbung wir sind ja nette Menschen nein das ist voll mühsam, ich bin froh, dass ich das einmal gemacht habe und fertig nein das ist der Knie, das ist der Knie eigentlich eh voll cool du musst einmal das gemacht haben, für die Trophäe im Mond naja, sind wir jetzt gerade dabei, jetzt müssen wir noch fertig machen, dann wären wir fertig kannst du dich noch erinnern, wo wir im Ofen wissen, was das ist ja ok das Geile ist, dass ich mich noch erinnern kann, wo du zu mir gesagt hast, ich glaube du warst da draußen, da draußen, da ist irgendwas blaues, was ist mit dem, müssen wir das anschießen am Wasser oder war das der Piet, ich weiß jetzt nicht mehr einer hat das auf jeden, ich glaube jeder Piet, weil der hat ja wie ein Vieh aufgesammelt naa, war das nicht der Fuchs mit dem Vieh weil der Piet hat ja immer den Gucker aufgeklappt ja, ich meine, den Gucker ach so, so meinst du ja, der hat ja mit dem Gucker aufgesammelt das stimmt Alter, jetzt habe ich da 60 Schuss in dem Feld drin ja, jetzt warte einmal so, da warte einmal ha 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 ja, hey, kalt dir die Candle auf gehen wir gleich Tofu was ist denn die Candle ach so hast du gemacht, bist du fertig oben schon ja fast, ja fast einen Kill müssen wir noch machen, glaube ich zwei also auf der Candle habe ich keine Munde mehr ach, es ist keine Munde mehr naa, aber dafür habe ich was besseres ja weißt ja, wir müssen jetzt die Ziele noch abschüssen dann sind wir eigentlich mit oben fertig ja, wenn ich hab jetzt mit sind wir mit oben fertig weil Foto, Fotoalbum hast du noch nicht gekriegt, gell? Chris Fotoalbum, die Trophäe so was ist der Schwungbuffer ja, das ist eigentlich das so wie der der Ruht sich jetzt Spiegel schlug drin, gell? das wird gemacht jetzt am Lagerfeuer ich hoffe ich mache nachher gar einen Slasher weil du hast die Slasher gar nicht, oder? naa geht schon ja, warte mal ja, aber so, ich komme schon rauf wie zu dir die Ziele abschüssen, gell? die Ziele abschüssen, gell? wo hast du es geschafft? naa, hier hast du eh die ganze Zette, das ist eh ah, Rifflohütterhaus er ist so schief heute, die Trophäe ja, das ist der Momente Trophäe das nächste Mal hm? Bied? Boah, schau, der Bied ist einmal wieder da ja, komm, rede jetzt, wenn du einmal von Teufel sprichst, gell? warte, ich höre mir gar keine Ahnung Spitz, äh, was geht, oder? was ist denn mit dir? ja, ja, wieder einmal aneinander ja, was tust du denn halt, aber warst du denn zu mit dem Masturbieren beschäftigt? hm, 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 hm da provieren wir nochmal davon, Kim also hast du einen Pferd ja, ich hab eine Pferd fürs Gackern hm, ja, spüßt nicht mehr du ja, hab's noch mal g'sleiert ah, schau, ich tu es ein, ich bin ein Volltrottel hast du jetzt ein Leben? das geht jetzt für dich nicht aus, gell? wohl, wohl aber bist du einmal davon? Du hast nie ein Leben gehabt 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 Ich sag mir nicht Das sind 60 Stunden von mir auf der Playstation Im März war es schon mittlerweile Jawohl Kein Leben Noch mal geht's Ja Du bist schon wieder vom Kopf Nein gar nichts mehr Wir haben als Easter Egg jetzt auch nur mit Knifen gemacht Du nimmst deine linken und ich nehme die rechten Ja mit was soll ich die nehmen Ich hab nichts mehr Ich hab nichts mehr Nein ich komm auch nicht mehr Das ist schon was Oh Ein paar Sack glaube ich schon wieder Ein Sack Ich weiß nicht was wir jetzt noch mal da umgehen Ja mir wurscht Entweder wir probieren es noch mal Ah ja ist nicht gut so gekommen Wenn wir maximale Muni kommen sag ich ja gut passt Ich hab die voll noch mal gewohnt werden Das ist kleiner Gehst du? Ja ich bin zu langsam Es kommt schon Gehen Sie auch schon früher drauf Da kommt die nächste Reden zu Boah Das ist überhaupt ein Gericht Jetzt ist die höchste Dann wird das aus es kommen Abschuld Wir sollen zusammen spielen! Ja passt, ja. Von mir aus. Nein, gehts ja voll noch. Dann überrumplen, auch überrum. Zuhause mit den anderen Glitchen. Godmode Glitch, wir haben unlimitiertes Slasher Gun Glitch. Ich hab... Schiek Speed Glitch. Also ein Game tut's massiv witzig zum Spielen. Die anderen Glitches am Anfang, wenn man sich aufgestellt und so. Nein, sind weg. Ich bin weg. Also ich muss das jetzt dann easy ruhig. Ich hol mir die Zurückspülgranaten einfach. Ja Chris, wir lassen uns eh da angehen jetzt dann. Wir lassen uns jetzt dann eh da angehen. Ja. Ja. Du musst... Ja. Aber ich probiere uns mal, weil ich so lange überleben wollte. Ohne Chaga. Und ohne Bombs so was. Ja, was geht? Brauchst du ja nicht. Los, mir ruhig. Lass mich in Ruhe. Lass mich so. Ich komm nicht laufen. Oder dass ich auf dich angewiesen bin und wiederbeleihst du. Ich brauch wieder die Falle zum Down gehen. Ja, das erklärt er nachher noch mal ganz kurz, oder sag das nachher noch mal, ja, du bist der Sente-Tofu. Ja, er hat auch seinen Zettel da, wenn es einfach im Menü drin ist, in der Lobby, zum Beispiel in der Öffentlichen, gibt es einfach eine Tastenkombie ein. Der ist rechts, wenn du in der Lobby drin bist. Dann musst du die Karte Rave in der Redwood ausfällen, und dann drückst du, hast du was zum Schreiben mit? Rechts, rechts, links, 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 ja, runter, 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 du kleiner Gondal. Und rechts. Und wenn du den Schnee hintereinander eingibst, dann hast du den Slasher. Einen Slasher meinst du mit dem Kevin. Ah, mit dem Kevin. Und jetzt kannst du es probieren. Ja, probier einmal. Ich weiß gar nicht, ob er wieder heißen hat. Entschuldigung, ich hab ihn noch aufgeschrieben. Und jetzt. Probieren wir es jetzt an. Ja, ist bei dir. Links, links, runter, runter, rechts, ja. Am leichtesten ist es mit dem Steuerkröten. In der Mitte, in der Mitte vom Bildschirm ist der Kevin mit Eishockey-Schlägen einfach. Im unteren Bildschirm und in der Mitte. Wenn's geht. Nein, geht nicht weit. Ich muss schneller hintereinander drücken. Ich muss schneller hintereinander drücken. Ja, muss schneller hintereinander drücken. Ich muss schneller hintereinander drücken. Wenn's wohl schlecht. Wenn's das richtig eingeben hast, nachher ist unten der Kevin. Genau, ja. Ja, warte, dann geh da einmal raus. Vielleicht geht's bei dir nicht. Jetzt muss ich ganz schnell hintereinander drücken. Ja, warte. Ja, schau. Da bin ich wieder. Ja, jetzt die nächste Trophäe. Aber jetzt werden wir gleich beenden. Ja, ich bin ja schon beim BIT-Multi drinnen. Äh, der Tofu. Und am Starten rauskommt noch. Da hat wohl das Kevin Smith-Memo die Runde gemacht. Das ist doch mal eine Grundlage auf GmbH-Multi. Ja, da könnte ich wieder was abpacken. Jawohl, einen Abonnenten will Ja, na passt, sicher, glaube ich da, glaube ich da Was haben wir mit Piet, aber ich gehe Ja, bitte, bitte Hey Piet, ich gehe aber zuerst eine Rachen, gell Ja, bis zum nächsten Mal, ja Na passt, zum nächsten Mal Ciao, ciao, bitte So, na passt, das war's auch von meiner Seite Auf meinem Kanal von Senanice Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like oder ein Abo da lassen Oder wenn es auch so wie der Christus ist, der ihr komm möchtet Und euch die Arbeit antun wollt, könnt ihr mir anschreiben Dann können wir es auch machen Ich mache das schon, ich höre mich schon wieder Der Doofo macht das schon Ich pück mich vielleicht schon wieder Dann passt es, in diesem Sinne noch eine schöne Woche Schönen Abend, schönes Wochenende Schönes Wochenende, ja, frohe Ostern, frohe Weihnachten